Hallo liebe Zuschauer, hauscht mir das Spiel Trago Tuckoo. Rezensionen, Emotionen, Videos blocken und mal loggen. Seit zehn Jahren spielen Narren. Lebt dreimal hoch, klicken, nabbelnd. Genau, das ist ein Kinderspiel ab fünf Jahren für zwei bis vier Spieler. 20 Minuten und ist aus dem Hause Logis. Hier haben wir schon mal den Pfad, der hier auf eine Wiese führt. Und hier oben haben wir eine Burg. Und die Burg, die müssen wir errichten. Genau, der Elias hat die Würfel. Jeder hat eine Spielfigur. In dem Fall haben wir schon mal die zwei Figuren von uns platziert. Es gibt ja noch zwei weitere. Und wir sammeln Burgteile auf. Ich will jetzt weiter mal anfangen. Dann fang du gleich an. Und die bringen wir dann zur Burg. Der Elias ist schon flott dabei, der kann es nicht mehr erwarten. Er fährt vier Felder. Eins, zwei, drei, vier. Genau, ein Burgteil darf man sich nehmen. Dann bin ich dran. Und ich habe die Sonne. Bei einer Sonne darf ich eins bis fünf Felder laufen. Ich sage einfach mal, ich laufe drei, vier, fünf. Jetzt haben wir beide schon ein Burgteil. Und jetzt müssen wir natürlich versuchen, dass wir es so schnell wie möglich nach oben bringen. Oh, das ist gut, Elias. Kannst du schnell fahren? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Prima. Mit drei. Eins, zwei, drei. Ich darf jetzt aber nicht noch eins sammeln, weil ich habe ja bereits schon eins eingesammelt. Zwei. Eins, drei. Noch haben wir keinen Drache gewürfelt, weil sonst kommen ja die Drachen von oben. Eins, zwei, drei, vier. Letztes Mal sind wir ganz flott durchgelaufen. Fünf. Und dann kamen wir am Schluss... Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf. Jetzt musst du mal schauen, wo puzzelst du denn das an? Ja, das ist gut. Das passt. Ich muss auch schnell reinkommen. Genau. Ich muss mich jetzt auch beeilen, wenn die Drachen kommen, weil die wandern nämlich nach unten. Drei hast du gewürfelt. Eins, drei, drei. Oh, das lauft diesmal super. Noch gar kein Drache gekommen. Oh, schau mal. Ich laufe immer direkt. Hier bleibt man immer automatisch stehen. Wo kommt denn das hin? Es gibt zwei. Dann weißt du vielleicht das besser, oder? Ja, oder? Ja, toll. Ich bin ein guter Spieler. Du bist ein guter Spieler, ja. Oh, der Drache. Jetzt kommt ein Drache, der wandert jetzt nach unten. Der wandert immer bis hier und dann kommt der nächste Drache. Aber wir wollen ja nicht auf das Drachenfeld kommen oder uns einfangen, weil dann müssen wir ja hier in die Wiese und dann müssen wir eine Sonne würfeln. Du bist dran, Elias. Wir haben schon beide einen Burgteil. Vier, eins, zwei, drei. Bitte kein Drache würfeln, Elias. Drei, eins, zwei, drei. Keine Eins, keine Eins. Boah, Glück gehabt. Sonst wäre ich nämlich in der Wiese drin. Dann hätte ich eine Sonne würfeln müssen. Drache. Und jetzt bleibt das stehen. Jetzt wird dann nachher, wenn der Drache gewürfelt wird, wieder ein Drache von oben kommen. Dann bist du dran. Oh nein. Zwei, eins, zwei, drei. Jetzt kommst du hier rein, aber das Burgteil verlierst du nicht. Vielleicht würfel ich nämlich eine Sonne, dann kann ich dich auch befreien. Du bist dran. Alter, ich muss würfeln. Ach, ich muss ziehen. Ich vergesse noch. Verlauter. Befreiung. Nein. Vier. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt bist du draußen. Und immer genau wieder hier drauf. Oh nein. Ein neuer Drache kommt. Ich passe jetzt auf, glaube ich. Jetzt keine Eins würfeln, Elias. Keine Eins. Super. Eins, zwei, drei, vier. Oh nein, jetzt musst du jetzt aber aufpassen. Jetzt musst du auch aufpassen. So, dann kriege ich die Sonne von dir? Dankeschön. Dann bin ich dran. Ah ja, ein Drache. Oh, jetzt musst du aber schnell weit vorbeilaufen, oder? Sonne. Sonne. Ja, am besten ins Ziel mal, oder? Jetzt fehlen uns noch zwei Burgteile. Dann haben wir das Spiel gewonnen. Weil wenn die Drachen alle unten sind, dann haben wir das Spiel nämlich verloren. Drache. Dann bist du dran. Drache. Drache. Du bist gleich im Ziel, oder? Mhm. Oh nein, ein Drache. Oh, jetzt wird es schwer. Drei. Glück gehabt. Ja, super. Und wir sind im Ziel. Wir haben die Burg. Ja, klatsch ab, super. Rezensionen, Emotionen, Videos blocken und mal loggen. Seit zehn Jahren spielen Narren. Lebt dreimal hoch, klicken nabbelnd.